Da kannst du mal kurz 20 Jahre rauslassen und es schaut immer noch genauso aus. Es stecken immer noch die gleichen Leute hinter der Bar, hinter dem Mischbold. Danke, Manke! Und die Hose da hinten schenkt auch noch immer genauso aus wie damals. Ja, kann man sagen. Unser Mischer heute ist auch der Robi Glaser, Österreich. So, ja, Beatles-affin waren wir auch immer. Und so, ein bisschen reingerüstelt haben wir ab und zu. Ja, schauen wir. Drittes Album, oder? Ist so. was was weiniz mit 之前 j nine f Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020